Willkommen bei Super Mario World auf dem Super Nintendo. Mats und ich, wir dachten uns, hey, es ist Sonntag. Warum nicht mal gegen Mittag rumtreffen und Super Mario World spielen? Eben. Eigentlich. Ja. Eigentlich ist der Plan gewesen, sich mit Robin zu treffen, der uns noch nicht geantwortet hat über WhatsApp. Es ist jetzt zwölf, muss man dazu sagen. Ja, inzwischen schon halb eins oder so. Ja, gut. Ja, ist klar, halb eins. Und wir haben gesagt, gegen Mittag und so, haben das schön abgesprochen, aber ich glaube, Robin schläft noch. Und deswegen spielen wir jetzt einfach so lange Super Nintendo-Spiele. Das hat er jetzt davon. Ich würde sagen, wir nehmen mal den WMT. Das sind auch deine alten Speicherstände wahrscheinlich. Das müsste wahrscheinlich so sein. Was war denn das? 42 und 45 heißt das Leben? Die Levels. Echt? Das sind 45 Levels. Ich muss jetzt, also wann habe ich das das letzte Mal gespielt? Keine Ahnung. Das ist schon ein paar Tage her. Ja, es kann sogar sein, dass ich das das letzte Mal gespielt habe, als ich noch kein Englisch konnte. Oh. Und deswegen die interessante Background-Story. Schön. Nicht in seinen ganzen. Oh, er hätte noch zwei Spieler machen können. Ja, das ist aber egal. Ja, das stimmt. This is Dinosaur Land. In this strange land we find that Princess Toadstool is missing again. Looks like Bowser is at it again. Zweimal again, Wortwiederholung. Hässlich. Welcome. This is Dinosaur Land. Welcome. Okay. Okay. Ach, sehr schön. Das ist aber schon, ich finde das gerade voll gemütlich. Weil draußen, müsst ihr euch vorstellen, liegt halt 20 Zentimeter Neuschnee. Das ist vielleicht eine übertriebene Angabe, aber es ist halt sehr winterlich. Jetzt erinnert mich an früher. Und hier sind Kaminen. Hello. Draußen Kaltes, drinnen sitzen und Super Mario spielen. So. Sorry, I'm not home, but I have gone to rescue my friends who were captured by Bowser. Yoshi, das habe ich nicht verstanden früher. Ich glaube, ich lese das jetzt mit Verstützung zum allerersten Mal. Glaube ich auch. Aber ich habe Super Mario World auch schon seit Kind nicht mehr wirklich gespielt. Vielleicht mal so kurz ein Level oder so. Warum brennt eigentlich das Feuer hier unten nicht? Brennt doch. Ist nur nicht animiert. Ja, so. Im Gegensatz zu den Wolken da oben. Und Vögel haben sie animiert. Oh, wie, wie, ich, oh, das ist gerade voll ins Gesicht geschlagen von meiner Erinnerung. Hier reingangt und hier war nichts und ich habe nicht verstanden, was ihr gesagt habt. So, erstmal gehen wir nach links, um den Palace da zu machen. Das ist aber eigentlich nicht das, ja, ja, das erstmal. Das erinnert mich ja daran, dass ich auch immer sehr, sehr gut in Super Mario war. Ich probiere es nochmal und dann darfst du übernehmen, dass ich das nächste Mal sterbe. So machen wir es, oder? Okay. Das war noch ein Gewöhnung. Ja, ja, weil man, achso, ich wollte den No-Ber-Wort trotzdem haben. Also, ich finde es vor allem auch interessant, weil wir Super Mario Maker gerade aktuell haben, was ja unter anderem ein Super Mario World Set hat, mit dem man sich Sachen bauen kann. Warum also nicht nochmal das Original spielen, wenn wir es doch da haben? Und nachdem Olikson das letzte Mal da war und mit Robin und mir Retro-Spiele gespielt hat, dachte ich mir, das müssen wir eigentlich öfter machen, weil das SNES steht hier. Wir können problemlos Game Boy und Super Nintendo Spiele spielen. Wir haben natürlich jetzt nicht so mega viele und nicht jedes eignet sich auch für eben mal kurz spielen. Richtig, also wir haben hier noch große Klassiker der Rollenspiel-Super-Nintendo-Ära, aber ... Das ist dann vielleicht eher was für die Super Kreuzburg irgendwann mal. Ja, auch vor allen Dingen für ein längeres Setup, wo man die Dinger dann wirklich nicht nur eine halbe Stunde oder Stunde oder so spielt. Ob sie gerade alles wiederkommt. Die Dinger habe ich auch nicht verstanden. Ich wusste auch immer nicht, was das ist. Ob das sah aus wie eine Ananas. Ne, so ein bisschen. Irgendwie so eine Kartoffel oder irgendwas, was da so drin ist. Aber es ist ein Lautsprecher, oder? Ach, ein Lautsprecher. Is it, isn't it? Ja. Dachte ich, das ist voll ein Lautsprecher. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ja, ich saß als Kind dann und dachte, warum ist hier eine Ananas, eine Kartoffel oder so? Ein Lautsprecher. Ja. Point of advice, you can hold an extra item. Okay, das sind natürlich die. Wir sind die Einzigen, die Super Mario World in einem Let's Play spielen und sich diese Scheißboxen durchlesen. Na ja, das ist gerade so. Ja, ja, ich kenne diese ... Aber das müssen ja Lautsprecher sein, oder? Die werden uns jetzt garantiert nur sagen, dass man hier den Panzer nehmen kann und ja. Weil das ist das Tutorial. Aber das hat auch funktioniert, ohne dass du es verstanden hast. Ich weiß aber gerade nicht wie. Ja, wahrscheinlich war es im Handbuch still. Das kann sein. Oh, nee, das kann nicht. Oh, was ein Skill-Move. Aber, äh ... Jetzt kommt, ich bin stolz. All comes back. Ja. Äh. Ach, Moment, das krieg ich so hin. Jawoll! So, warte, und dann unter Select konnte man die dann ... Oh, und dann ... Das ist auch wirklich so krass zeitlos, also ... Ja, guck mal, wie toll es noch aussieht. Mal abgesehen davon. Also, wir spielen halt auch einen originalen SNES. Ja. Und capturen das über, äh ... Wie heißt das Signal? S-Video. S-Video. S-Video-Signal. Deswegen sieht es halt jetzt nicht so geil aus. Also, deswegen ist es so ein bisschen pixellig. Aber das habt ihr ja schon bei den Gameboy-Spielen und so gesehen. Aber das gehört auch so ein bisschen dazu. Das ist kein Emulator. Das haben wir beim Retro-Sonntag früher auch immer gesagt. Das ist halt ... Wir spielen es halt echt. Ja. Und zwar auch so nah dran, wie es geht. Klar hat man das früher auf dem Röhren-Fernseher gespielt. Ja. Aber da wird es vielleicht auch noch besser aussehen. Übrigens, nur damit ihr es wisst, das Super Nintendo steht ja hier vor uns auf dem Tisch. Ähm, und es hat immer noch die Augenklappe, die es bei unserem Terranigma-Durchgang bei der Superkreuzburg hatte. Das heißt, der zweite Spielerslot ist nach wie vor geblockt. Weil es ... Es hat schon was irgendwie. Es hat halt schon ein bisschen was mitgemacht, ne? Ja. Ach, es ist schön. Da erinnert man sich dann auch immer wieder gerne dran. Ja. Und denkt sich, alter Terranigma, sie ist sie gelb. Cool. The power of the switch you have pushed will turn this into this. Yes. Your progress will also be saved. Cool. Nie verstanden. Ich hab auch ganz lange nicht ... Darf ich jetzt mal eine Runde? Ach so. Entschuldigung, ich war grad so drüben. Ehrlich gesagt. Ich schwere nämlich nicht mehr. No. Wir machen immer ... Wir tauschen einfach bei den Levels, oder? Ja, kann man mal. So, kann man mal ein bisschen schauen. Ich bin ja auch immer wieder erstaunt. Oder ich hab früher sehr viel diese Let's Play Your Level Sachen geguckt. Das heißt, wo Leute sich mit diesen Baukästen letztendlich schon im PC-Bereich quasi die Levels nachgebaut haben. Oder neue Levels gebaut haben. Und dann irgendwelche YouTuber, die gespielt haben. Oh Gott, was haben wir denn da geguckt? Ich glaube, es war Herr Decay und Emiro war das damals, glaube ich. Das waren dann die, die meistens so mega schwer sind, oder? Ja, genau, wo das dann immer absurder wurde. Nein, das ist Yoshi. Hier hat man zum ersten Mal Yoshi geführt. Bowser Trapped Me in diese ... wie auch immer. Das ist aber auch so, vor allem wie sich die Musik dann ändert, dass da diese kleine Bongo dazukommt. Und was ich großartig fand und immer noch finde, ist die Tatsache, dass je nachdem, was für eine Panzerfarbe du nimmst, du verschiedene Zusätze irgendwie kriegst. War dein Liebling auch mal der ... Lila, ne? Ja. Weil man fliegen konnte. Natürlich. Gab so selten. Und der ... genau, es gab einmal die Panzerfarben, wo Yoshi dann für eine gewisse Zeit eben diese Fähigkeiten hat. Und wenn man den Panzer einmal dann wieder ausgespuckt hat, bevor er ihn runtergespuckt hat und wieder eingesungen hat, ging das noch weiter. Aber es gibt dann natürlich auch noch die verschiedenfarbigen Yoshis. Und wenn du da zum Beispiel dann den lilanen hattest, dann konntest du, egal welchen Panzer du ... welche Panzerfarbe du reingenommen hast, dann quasi immer fliegen. Oder eben mit einem Beben hattest du, glaube ich, immer diese Stammwattacke. Ein Roter hatte diesen Feuerkram. Äh, also das ist immer noch so ein Element. Was für das denn Yoshi ist? Und die Sternwelt, ne? Ja, oh Gott, die war ... die war weird. Die war richtig weird. Ich weiß gar nicht, ob ich ... Das ist auch, glaube ich, wirklich so kompliziert. Und ich weiß noch, wie seltsam ich früher immer die finale Welt fand, wo du gegen Bowser kämpfst und alles ist so neon und ... Das ist hier so glücksspielmäßig aufgezogen da. Und er ist ja dann auch in diesem komischen fliegenden ... Ja, ja, ja. ... Ding drin. Wie du auch diese ganzen Moves alle sofort wieder drauf hast, ne? Also das ist ... Finde ich faszinierend. Das ist voll Masse-Memorie einfach nur, weil ich denk grad nicht drüber nach, über das, was ich hier mache. Siehste? Französisch? Vergiss es. Aber wie man bei Super Mario World bestimmten Schalter-Palace irgendwie erreicht. Korrekt. Das weiß man noch. So. Mats ist dran. Nice. Das macht auch direkt wieder Spaß. Ja, das ist halt wirklich das perfekte Beispiel, wie du einfach ein Videospiel aufziehen musst oder so ein Jump'n'Run aufziehen musst, wo du direkt zwei Level hast, die so ein paar Sachen erklären, aber du verstehst es sofort. Genau, das mit dem Erklären finde ich also gut, weil man ... Also heute gucke ich mir das natürlich auch ein bisschen aus Gamedesign-Sicht an und du hattest halt jetzt so Sachen wie, Yoshi wird dir gezeigt, du weißt, dass du mit Yoshi Sachen schlucken kannst und dann steht vor ihm ein roter Panzer, der dir direkt zeigt, dass es Sachen gibt, die Auswirkungen haben mit dem Feuer und so. Genau. Und hier, dieses Safety-Net hier unten hast du jetzt nur wegen dem gelben Block. Ähm, ich wusste zum Beispiel, doch, ich hab's irgendwann später dann mal rausgefunden, dass diese Münzen, diese Yoshi-Münzen, wie ich sie immer genannt habe, die sie wahrscheinlich jeder genannt hat, die eigentlich Dragon-Coins heißen. Die heißen Dragon-Coins? Ja, hat eben der Lautsprecher gesagt. Ich dachte auch einfach, Yoshi-Coins. Ja. Oder Yoshi-Münzen. Coins, kannte ich noch nicht das Wort. Und es ist einfach, es fühlt sich einfach super an von der Steuerung. Ja. Weil das so. Aber ich muss auch wirklich sagen, Super Mario World ist, ähm, eines meiner Lieblings 2D Marios. Also ich weiß, dass die New Super Mario, der will die New Super Mario Brothers, äh, Spieler auch richtig gut sind. Äh, da gefällt mir vor allem der erste im Endeffekt auf dem DS, New Super Mario Brothers. Warte mal. Use up on the control pad to jump high? Was? Jump-Button? Weiß mal sowas. Ja, aber, dass ich, also klar, dass man auf Gegner sprechen kann. When you stomp on enemies, you can jump high if you hold the jump-Button. Use up on the control pad to jump high in the shallow water. Das wusste ich nicht, dass man im Wasser, also dass, dass es der Rief ist, genau, das ist erstmal so um den. Und dann geht's ja aber, also wenn, hier unten ist jetzt ja kein Wasser, da hab ich mir relativ sicher. Aber, dass man abdrücken kann. Gut, diese Musik. Zu gut. Ich hätte gerne ein paar mehr dieser Tracks, ähm, auch von den anderen Mario-Spielen in Super Mario Maker. Hm, gibt's nicht? Weil du hast immer, nein, nein, du hast immer die Overworld-Themes und die, ähm, Underground-Themes. Ja. Äh, von den verschiedenen Spielen, aber nicht mehr, zumindest nicht soweit ich weiß. Vielleicht haben sie da schon was gepatcht. Easy peasy. Easy peasy. Ey, das mit dem Wasser würde mich gleich wirklich mehr interessieren, ob's da, dann ist das was, was ich bis heute nicht wusste. Also, das kommt drauf an, vielleicht ist das was, was du wusstest und auch gemacht hast, dir war nur nie klar, dass du's gemacht hast. Aber nach oben drücken auf dem Pad hab ich, glaub ich, nie gemacht beim Sprengen. Da komm, siehst du, dann wird schon wieder vorbereitet, dass das da stattfindet. So. Jetzt bin ich mal gleich gespannt. Also, was meinen sie denn, dass man... Na, äh, na, so, und jetzt nochmal nach oben? Das ist doch nur das, oder? Wobei, dazu muss ich, genau, dazu muss ich nach oben drücken, weil wenn ich nur springen drücke, macht er das nicht. Wenn ich nach oben drücke und springen drücke, dann springt er aus dem Wasser. Und ich glaub, mehr ist das nicht. Okay, na, dann war das einfach ein Doppelsprung quasi, den hab ich dann immer gemacht, wenn du... Also, wenn du im Wasser bist, dann kannst du auch einen Doppelsprung und dann kommst du auch raus. Glaub ich. Nee, ich hab jetzt ganz oft Sprung gedrückt. Man drückt, glaub ich, äh, intuitiv automatisch... Yoshi! Nach oben! Du doofer Kaktus! Oh Gott, hatte ich immer ein schlechtes... Es war wirklich ein schlechtes Gewissen, wenn man Yoshi irgendwie für ein Secret, Exit oder sowas... Was ja auch eine Sache ist, was... Ähm... Gab's vorher bestimmt auch schon, aber... Das ist eigentlich ein voll hilfreicher Tipp, ne? If you are in an area that you have already cleared, you can return to the map screen by pressing start and select... Ben Select, den der da gerade runtergedüst ist. Gott, was denn? Das war nicht so gut. Das war irgendwie nicht gut. Ähm, diese Secret-Level-Ausgänge, auch das fand ich, ist immer noch so großartig. Ist ja heutzutage wieder so ein Gang-und-Gebe-Ding natürlich, so grad im Jump-and-Run-Bereich. Aber ich glaub, damals... Irgendwo andererseits hatten wir das ja schon beim allerersten... Ja. Wohl nicht in der Form. Naja, aber Super Mario Bros. 3 hat das ja schon ganz viel gemacht mit den Flöten und so. Ja, aber dieses gesplittete World Map, weißt du, dass du, ähm... Einfach versch... Wow. Okay, sorry, dass ich hier gerade, äh, rumnube. Aber gut gerettet. Gut gerettet, alles okay. Huh! Wie lange das hielt? Ich wollte grad sagen. Dass du quasi die World Map hattest und da verschiedene Routen hattest. Das war ja in, äh, auch in Super Mario Bros. 3. Auch nicht so. Oder hattest du da verschiedene Wege? Da hattest du manchmal eine Abkürzung, also einen Block, den du kaputt machen konntest. Aber nicht diese wirklich auch mit verschiedenen Levels zum Teil. Das kann sein, ja. Ich meine... You get bonus stars if you cut the tape at the end of each area. If you collect 100 bonus stars, you can play a fun bonus game. Fun. Ach so, okay. Das war ein Tape? Das, was da hoch und runter geht? Das war für mich immer irgendeine blöde Stange oder so. Tape heißt ja auch einfach nur wahrscheinlich sowas. Ja, aber... Aber das ist mir irgendwie auch nie so bewusst gewesen, dass man ja diese Sterne da oben sammelt. Dieses Stern mal 77. Ja, und war das nicht auch so, dass wenn du... Ach nee, das war beim ersten schon so, dass wenn du zu einer bestimmten Zeit, also bei einer geraden oder ungeraden Zahl durchs Ziel gegangen bist... Ja, das war beim allerersten beim... Ja, okay. Und dann gab es Feuerwehr... Jetzt war es ein Bonus Game. Fun Bonus Game. Da musst du nur den richtigen Rhythmus finden, Tom. Und dann immer wieder reinspringen. Nein, das war nicht. Obwohl... Na ja, geht doch. I'm happy. Das war ein Leben ist okay. Ich stelle mich in die Ecke und schäm mich. Peace. Victory. Victory. So, erste Castle. Iggy. Oh Gott, das war der auf dem Ding, wo man einfach drauf bringen muss, ne? Und dann rutscht er da irgendwie so runter oder so. Auch wieder hier so eine Sache. Ah, ich hab den. Press up under control pad while jumping and you can clink to the fence. Mhm. To go in the... Okay, das ist dann der... Ich fand, es ist so trollig immer noch, wie die da da rum... Ja, ja, das ist... So rumklettern. Das ist das ungewöhnlichste Mario-Wort-LP, das gibt. Was ich mich halt auch mal... Also, was ich wirklich komisch fand früher schon, sind diese kleineren Schlösser, in denen man gegen so Rhinos... Das ist ja gemein, da oben. Gegen so Rhinos gekämpft hat. Ach nee, das kannst du jetzt benutzen, um das runterzuholen, oder? Richtig. Du bist so schlau, Tom. Aber ich würde halt nicht wundern, wenn es dir irgendwie noch ein Secret dann da gibt. Diese Rhinozoros-Viecher, was sollte das immer? Das war so... Die... Ja, ja, ja. Glaubst du ja auch nicht mehr in Mario, oder? Gibt's die noch irgendwo anders? Boah, da frasst du mich jetzt was. Da will ich mich jetzt auch nicht drauf feststellen. Oh, so gut. Das war wirklich cool. Aber die andere Seite ist gerade eigentlich besser. Ja. Aber dass das geht... Konnte man denn... Nee, ich wollte nur gucken, ob ich quasi springen kann und das geht aber auch. Ach so, und dann wieder auffangen? Ja. Ja. Siehst du, sie haben erst dir das gezeigt mit sicherem Boden drunter, auf dem Netz. Und jetzt machen sie eine Pit drunter, um die Gefahr zu erhöhen. Genau. Das sind so ganz basic Game Design. One of the Yoshis friends is trapped in the castle by Iggy Cooper. Ach, to defeat him. Push him into the Lava Poop. Dass das hier steht, ist ja auch geil. An Mitteldings vor allem. Das wusste ich nie. Okay. Ah, das ist ja sehr Autoscroll-Dinger. Da habe ich mir mal vorgestellt, dass ein riesiger Dinosaurier oder sowas, die da quasi ist, ergibt keinen Sinn, aber die so runterstampfen, als wären das Füße. Fand ich das spannender. Ich finde das sieht ein bisschen aus wie Gebäck. Ja. Riesiges Gebäck. Das ist natürlich noch epischer. Riesiges Gebäck, Tom. Ja, weil das unten auch so... Ja, nach Lebkuchen so ein bisschen aussieht, ne? Bams. Und dass in der Mario-Welt mal etwas aus Essen ist, ist ja nun nicht ungewöhnlich. Das stimmt, ja. Ich glaube, da stehst du schlecht. Oh, wie das spannender heute ist. Oh. Was für ein epischer Post. Ja, das war aber... Da habe ich schon Let's Player gesehen und das, glaube ich, in der Hälfte der Zeit geschafft haben. Das war super. Ich war nur gerade irritiert, dass wenn du auf ihn schießt, dass er dann auf dich zukommt. Ja. Und das war auch immer so super, dass es jedes Mal was anderes gab, wenn du quasi eine Festung erledigt hast, hat das immer was anderes passiert. Da hatten sie ihren Spaß mit. Geilsten war, wo die eine dann abhebt und hinten auf den Berg zerschellt und dann aber so ein... So ein Pflaster. Mario has defeated the demented Iggy Cooper in Castle number one and rescued Yoshis friend who is still trapped in the neck. Together they will now travel to Donutland. Donutland, okay. Thank you. Wollen wir an der Stelle mal pausieren, weil wir wollen ja jetzt hier nicht... Also, irgendwann vielleicht mal weiterspielen, aber wir haben ja noch ein paar andere Spiele Ja, das stimmt. Also haben wir uns mal die erste... Oder komm, das eine darfst du noch spielen. Ich möchte, dass du das eine noch spielst. Valdonatland. Es ist auch erstaunlich, wie... Genau, weil es kamen die Flugnehmer... Es kamen jetzt schon. Ja. Okay, das wird eine kurze Bild. Wie zeitlos das visuell auch einfach ist. Also immer noch. Ja, oh, sehr gut. Also, ich finde das immer noch so stilsicher. So, und da eigentlich so billig, ne? Dass man das machen kann, aber... Ja, aber sie spielen ja auch damit. Also sie wussten das, weil... Oh, perfekt. Just as planned. Just as planned. So, ja, soviel dazu. Kriegst du ja noch links unten? Ja. Oh, Tom! Da hast du aber dir ein paar Skillwar-Points verdient. Also, da ging's dann... Ja! Oh, fuck. Da komm ich aber hoch. Weil man braucht eigentlich... Den grünen Schalter-Paste. Aber es geht auch so. Ach, mit Skill? Komm. Nee, den muss ich platt machen. Sonst kommt er da immer wieder. Der respawnt. Ah, shit. Aber so ist es perfekt. Nein. Aber fast. Es geht. Ich bin nicht rechtzeitig gesprungen. Oh, Mario kann fliegen mit einem Cape. Das war so gut. Eigentlich kannst du... Nee, fast. Ja, es ist... Ich weiß, dass es geht, aber... Verzeiht das jetzt meine... Unfähigkeit? So meinte ich. Genau, einfach durch. Das war auch der Plan. So gut. Klingt das wirklich gut. Komm jetzt nicht zum... Nee, ins Wasser. Geht's noch? Ja, ins Wasser. Unterwasser-Level. Na ja. Gut, aber wir wollten ja auch nur mal kurz ein... Ich könnte das jetzt auch schon wieder durchspielen. Ja, ich auch. Die machen das. Man kann doch hier irgendwie die... Scheiß jetzt ein X gedrückt. Aber du... Ach nee, da kommst du nicht mehr raus, ne? Nee. Nur wenn du die geschafft hast. Die Level. Denk ich. Ja, nee. Unterwasser muss ja jetzt nicht sein. Niemand mag unter Wasser schwebt. Okay, das war Super Mario World. Bitte? Ach, da ist... Ich hab ne Luftblase. Nee, nee. Da ist auch so ne Luftblase. Ach so, die ist statisch. Ja. Das hat mich gerade irritiert. Sehr schön. Super Mario World. Ich hab mich, glaube ich, ausreichend belegt, dass das immer noch Spaß macht. Sehr toll. Tschüss. Tschüss. Tschüss.